moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video zeige ich euch wie ihr moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video zeige ich euch wie ihr agency den heulmann und crazy graves in einer runde besuchen können ich zeige euch wo all diese orte sind leute let's go so leute angekommen im spiel versuche ich direkt hier bei francy farm den helikopter zu nehmen weil von hier aus könnt ihr das wirklich in einer tour ganz schnell erledigen braucht ihr auch keine umwege zu fliegen so habe ich mir mal den helikopter hier ok da ist er da kommt aber leider schon jemand mit das war ja egal also ruhig mitkommen so leute ich zeige euch jetzt wo ihr hin müsst als erstes den heumann den heumann den kennt ihr wahrscheinlich alle schon bei francy habt ihr schon bestimmt alle gesehen das ist der fröhliche mann hier den haben wir besucht jawohl ich zeige es euch auf der karte leute dass er ist hier auf geht zu agency das brauche ich ja nicht markieren leute ok auch erledigt also leute ich finde es wirklich am einfachsten wenn man sich den helikopter bei francy farms nimmt ja weil da land auch nicht so viele und ihr könnt das wirklich im einen durchgang erledigen so kommen wir weiter zu crazy wie hieß das nochmal groove so dafür fliegen wir nach welping woods das ist ungefähr hier ein bisschen weiter hinten und wo haben wir das haben wir hier leute genau da wo diese da wo dieser burger ist und die tomate ist hier müsst ihr hingehen und schon habt ihr es geschafft ich markiere euch das nochmal auf der karte leute der ort ist genau hier bei welping woods ich hoffe euch hat das video gefallen leute falls ja dann lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für alle die meine live streams nicht verpassen wollen leute der link ist in der video beschreibung ihr könnt mir alle kostenlos auf twitch folgen und bis zum nächsten video